Die Abstimmung über die von Kuba eingebrachte Resolution in der UNO-Vollversammlung am 7. November hatte folgendes Ergebnis. 192 Länder stimmten dafür, drei Länder, die USA, Israel und Brasilien, stimmten dagegen, zwei Länder, die Ukraine und Kolumbien, enthielten sich. Das Gespräch mit Norman Pech in Bremen fand am Abend vor der Abstimmung statt. Wie ist eine solche Resolution zu beurteilen? Das ist seit Jahren der gleiche Ritus. Immer wieder versucht die kubanische Regierung mittels der UNO eine Sperre gegen dieses Embargo, welches seit praktisch 1960 Kuba belastet, aufzubauen. Und es geht in den letzten Jahren eigentlich immer so, dass die übergroße Mehrheit dem zustimmt. Eine kleine Portion enthält sich der Stimme und es gibt meistens drei Gegenstimmen, USA, Israel und dann kommen noch die Malediven oder Vanuatu dazu. Dieses Mal ist die Befürchtung, dass eventuell Trump Bolsonaro auf seine Seite gezogen hat. Und Brasilien ist immerhin ein, ja, es ist doch ein Schwergewicht in Lateinamerika. Aber das ist sozusagen das Ritual seit Jahren und übermorgen, dann gehen die USA dagegen und versuchen dann durch einige Resolutionen über die prekäre Menschenrechtslage in Kuba, dann ihre Leute hinter sich zu holen, ihre Staaten hinter sich zu holen. Und wie werden die europäischen Länder abstimmen? Die meisten werden sich der Stimme enthalten und einige werden zustimmen. Aber es wird zum Glück keiner, das ist wohl sicher, sich auf die Seite der USA schwingen und dagegen stimmen. Denn eines ist klar, das, was die USA seit nun fast 60 Jahren dort unternehmen, ist nach völkerrechtlichen Gesichtspunkten rechtswidrig. Und da ist gar kein Zweifel dran. Die Regierung Donald Trump hat ja nun nochmal die Sanktionen verschärft. Sie haben den sogenannten dritten Abschnitt des Hans-Burton-Gesetzes aktiviert. Was heißt das eigentlich? Ja, das bedeutet jetzt, dass eben auch die sogenannte extraterritoriale Wirkung dieser Sanktionen eingreifen für alle diejenigen, die irgendwie mit Kuba oder auch mit kubanischen Firmen irgendwelche Geschäfte machen, dass die sanktioniert werden. Das ist sozusagen ein Übergriff auf fremde Souveränität und auf fremde Bereiche, die ebenfalls nach völkerrechtlichen Grundsätzen höchst, höchst problematisch ist. Problematisch heißt, das ist nicht sicher, ob es völkerrechtswidrig ist? Da gibt es immer natürlich Völkerrechtler, die einen bestimmten, sehr regierungsnahen Status haben, die das anders sehen werden, in den USA insbesondere, aber auch zum Teil wohl in Deutschland. Aber im Wesentlichen ist sich die völkerrechtliche Literatur dort einig. Das ist völkerrechtswidrig. Die EU hat ja auch scharf reagiert. Also die Kommissionsvizepräsidentin und Außenbeauftragte Mogherini und auch die Handelskommissarin haben ein Schreiben verfasst. Und da heißt es, die EU vertritt die Auffassung, dass die extraterritoriale Anwendung einseitiger, restriktiver Maßnahmen völkerrechtswidrig ist. Ja. Was folgt daraus? Die EU hat schon 1996 eine Verordnung herausgebringt, um dagegen auch nicht nur zu protestieren, sondern irgendwann auch Gegenmaßnahmen zu ergreifen, indem sie aufgefordert hat, beziehungsweise allen Unternehmen aufgegeben haben, die Handel treiben, diese Sanktionen nicht zu beachten. Und ihnen wurde klar gemacht auch, sie hätten eine Klagemöglichkeit, wenn sie dann irgendwie daraus Schaden erleiden würden und sie hätten Schadensansprüche und die würden auch reguliert werden. Das heißt, das, was die EU eigentlich machen konnte im Augenblick, das hat sie seit 1996 dort versucht zu machen. Allerdings praktisch hat das wenig bewirkt. Das war auch schon im Zusammenhang mit den Russland-Sanktionen und den Iran-Sanktionen, wo gegen den Iran ja auch Sanktionen verhängt wurden, von den USA, aber nicht von der EU und den europäischen Ländern. Das ist sozusagen die moderne Form der Kriegsführung der USA, dass sie eben nicht nur mit Militär vorgehen, sondern auch mit ihrer ökonomischen Macht und zwar dann, das ist klar, ja nicht nur gegen Russland, Iran, gegen Syrien, gegen China. Überall, wo sie meinen, dass ihre Position nicht adäquat sozusagen im Vordergrund steht dort und sie nicht mit Verhandlungen etwas machen kann, setzen sie Druck und Daumenschrauben an. Könnte es da nicht zu heftigen juristischen Auseinandersetzungen kommen? US-Unternehmen klagen vor US-Gerichten europäische Unternehmen an und umgekehrt verklagen europäische Unternehmen US-Unternehmen vor europäischen Gerichten. Also ich habe bei NTV eine Notiz gefunden, jede Klage vor US-Gerichten könnte konterkariert werden durch Gegenklagen vor EU-Gerichten. Ist das realistisch? Es ist etwas anderes, darauf würde ich den Schwerpunkt nehmen. In der Rechtstheorie bzw. in der Rechtsauffassung der USA ist dieser extraterritoriale Übergriff auf die Souveränität auch anderer Staaten eigentlich herrschende Meinung. Das heißt, man hat sozusagen einen Dominanzanspruch in der Konzeption der Rechtsprechung, die auch auf andere Länder ausgreift. Das ist ja auch schon praktiziert worden, bei der Commerzbank und bei Paribas, bei den Russland-Sanktionen. Insofern werden Klagen vor amerikanischen Gerichten dort auch wahrscheinlich an diesem eigentlich im Grunde herrschenden Meinung unter den Richtern, dass es solch eine extraterritoriale Ausweitung der Judikative und auch der Gesetze geben kann, keinen großen Erfolg haben. Vor dem Internationalen Gerichtshof, der Iran hat geklagt, schon 2016 gegen Freigabe der sogenannten Frozen Assets. Die USA haben seit 1986 den Internationalen Gerichtshof verlassen, haben sich doch dennoch eingelassen und haben aber gesagt, das Gericht ist nicht zuständig für diese Sache, das Gericht hat sich für zuständig erklärt und hat dann 2019, auch im Mai, glaube ich, eine vorläufige Eilentscheidung gemacht, indem sie sagten, die USA wären verpflichtet, sozusagen Lieferungen humanitärer Güter wenigstens nach pharmazeutischer und humanitärer Güter nach Iran durchzulassen. Die USA haben ganz kühl reagiert und sagen, wir akzeptieren das nicht und in der Hauptsache ist das Urteil noch nicht gesprochen, das wird erwartet, aber so wie der verbreitete Völkerrechtsnidilismus der Amerikaner ausschaut, werden sie sich auch darum nicht kümmern. Aber auf EU-Seite ist eine Gegenaktion immer nur angedroht worden, aber nicht passiert. Nun, jetzt versucht man ja sozusagen in dem letzten Fall, als die Sanktionen dort gegen die EU aus den USA kamen, über die WTO, auch den gleichen Mechanismus bei der WTO und dann Gegenmaßnahmen dort zu ergreifen. Aber vor dem Europäischen Gerichtshof weiß ich im Augenblick keine Klagen, die es dort gibt. Nein, nicht vor dem Europäischen Gerichtshof, sondern vor europäischen Gerichten könnten meinetwegen deutsche Unternehmen klagen. Ja, nur steht eine weitere, sozusagen juristische Spezialität davor, nämlich die sogenannte Immunität der Staaten. Das hat Deutschland schon gegen Griechenland auch exerziert, die sagt, ausländische Gerichte können nicht in die Immunität eines anderen Staates eingreifen. Insofern wäre das, man könnte das machen, aber es gäbe überhaupt keine Möglichkeit, das durchzusetzen, umzusetzen und eventuell dort auch den Gerichtsvollzieher durch vorzuschicken, um Geld zu bekommen. Wie ist das eigentlich völkerrechtlich, die Revolution in Kuba, wie ist das völkerrechtlich zu interpretieren? Und auch die dann folgenden Enteignungen, um die geht es ja jetzt heute wieder. Ja, ja. Völkerrecht ist da ziemlich cool und sagt, in dem Moment, in dem eine neue Regierung, die sich dort geputscht hat, sozusagen die politische und ökonomische und auch militärische Macht ausübt, ist sie sozusagen die neue Regierung und kann anerkannt werden. Das ist dann aber überlassen jeder einzelnen anderen Regierung eines Staates, die anzuerkennen oder nicht. Aber das ist dann die sozusagen völkerrechtliche Grundlage auch, sozusagen die faktische Herrschaftsausübung in einem Staat, um zu sagen, ja, das ist dann die legale Regierung. Und das wird jetzt nicht nochmal festgestellt? Nein, das wird nicht noch festgestellt. Das ist sozusagen jetzt seit über 60, seit 59 ist das sozusagen fest. Und die Enteignungen werden allgemein eigentlich auch als legale Akte angesehen. Allerdings der Helms-Burton-Akt, der ermöglicht es Exil-Kubanern und US-Kubanern doch jetzt Klage zu erheben, wegen der Enteignungen bis zu einem Milliarde Dollar. Das war durch Obama aufgehoben worden, beziehungsweise zurückgezogen worden. Ja, das ist doch jetzt der Kern dieses dritten Abschnitts, dass der jetzt in Kraft gesetzt wird. Ab Mai 2019 hat das dann die Trump-Regierung wieder in Kraft gesetzt. Ob da im Augenblick jetzt Klagen schon sind, das weiß ich nicht. Im Mai war eine Klage gegen Trivago. Das ist eine deutsche Hotelplattform, weil sie kubanische Hotelplätze vermittelt. Ja, das heißt gegen alle Firmen, die mit Einzelpersonen oder auch Firmen in Kuba Geschäfte machen, die dort, sagen, enteignetes Vermögen in ihrem Portfolio haben, gegen die kann dann Schadensersatzklagen gemacht werden. Und das bedeutet, da sind eben alle Firmen, die mit Kuba irgendwie handeln und denen nachgewiesen wird, der kubanische Partner hat sozusagen enteignetes Vermögen unter seiner Herrschaft, die können dann verklagt werden. Das ist natürlich etwas, was manche dann wohl auch machen werden. Ich hätte jetzt noch eine Frage zum Völkerrecht. Sie haben in Ihrem schönen Buch geschrieben, die Überzeugung von der Belanglosigkeit des Völkerrechts ist selten so verbreitet gewesen wie jetzt. Amerika first heißt nichts anderes als Macht vor Recht. Hat das Argumentieren mit dem Völkerrecht Chancen? Ja, natürlich, wir machen das ja. Man könnte natürlich sagen, das ist sozusagen meine professionelle Deformation, dass ich da immer noch daran denke. Nein, es ist wirklich so, aber es ist ja nicht nur die USA. Nehmen Sie den ganzen Komplex Israel, die ganze Frage der dortigen sozusagen völkerrechtlich widrigen Besatzung, da wird nichts gemacht. Es ist in vielen Bereichen so, die ganzen Kriege, ob Syrien, ob Irak und so weiter, das ist alles derzeit außerhalb und gegen das Völkerrecht. Und dieser Völkerrechtsnihilismus ist insbesondere bei denjenigen weit verbreitet, die politisch und militärisch die Macht haben, ihre Interessen durchzusetzen. Das sind im Wesentlichen die USA und in ihrem Zug auch dann die EU-Staaten, die militärisch und politisch in der Lage sind. Und das ist eine wirklich fatale Entwicklung, der man immer nur wieder entgegenhalten kann, weil man nicht mit den gleichen Mitteln antworten kann. Beachtet das Völkerrecht die Betonung der UNO, die Betonung der UNO-Charta und mehr bleibt uns da eigentlich nicht übrig. Wie verhalten Sie sich in der Frage denn Russland und China? Sie sind ja auch große Mächte und auch gut bewaffnet. Achten Sie das Völkerrecht oder spielen Sie das Spiel mit Macht vor Recht? Da ist ja der berühmte Fall Krim. Da bin ich ebenfalls der Überzeugung, dass die Eingliederung der Krim nicht völkerrechtsgemäß gewesen ist. Es war zwar keine Annexion, aber diese Krim hätte man nicht so ohne weiteres dort eingliedern dürfen. Das ist, würde ich sagen, ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Aber wenn wir uns das einmal ansehen gegen das, was zum Beispiel die USA auf der anderen Seite, der völkerrechtswidrige Krieg gegen Irak 2003, dann in Libyen die Missbrauch der dortigen Resolution oder immer noch in Afghanistan und auch in Syrien. Da muss man betonen, dass alleine Russland und der Iran eine Legitimation haben und eine legale Ermächtigung, dort auch tätig zu werden. Nicht aber die USA und all die Koalitionäre, auch nicht die Bundesrepublik. Auch nicht die Bundeswehr mit dem Vorschlag von Kramp-Karrenbauer für eine europäisch gesicherte Schutzzone. Wäre auch völkerrechtswidrig. Absolut, wenn nicht der UNO-Sicherheitsrat sagen würde, aufgrund der Situation, der Gefährdung des Friedens, das ist der Artikel 39, machen wir ein Mandat für solch eine Sicherheitszone. Aber daran hat Kramp-Karrenbauer sicherlich nicht gedacht, sondern sie sagte, das können wir aus eigener Machtverfolgung kommen, also Machtmöglichkeit, weil wir schon dort sind, mit den Amerikanern, mit den Engländern, Belgiern und wer da sonst noch drin ist. Das wäre völkerrechtswidrig. Und genauso der Einsatz der Tornados. Sie haben kein Mandat des Sicherheitsrats, sie sind nicht angegriffen worden und sie haben auch nicht die Ermächtigung durch die Regierung in Amastos. Steht Kuba eigentlich noch auf der Terrorliste der USA? Soweit ich bin, ich habe es im Augenblick nicht auf dem Schirm, ob das wirklich der Fall ist. Und welche Bedeutung hat das? Kuba fordert ja, von dieser Liste gestrichen zu werden, natürlich. Natürlich, klar. Aber das ist sozusagen die Legitimation für den Hans-Burton-Akt, schon vorher den Torricelli-Akt und so weiter. Die ganzen Embargo- und Boykott-Maßnahmen der USA, die legitimieren sich immer damit, dass man sie zur Terrorstaat erklärt. Wir haben den gleichen Mechanismus ja überall. Immer dann, wenn etwas als Terrororganisation oder Staat deklariert wird, dann glaubt man, dafür die Legitimation zu haben, ihn auch anzugreifen. Man setzt selbst sozusagen den Tatbestand, um dann daraus die Rechtsfolgen zu ziehen. Das ist ein sehr problematisches Verfahren natürlich. Letzte Frage. Anblock Kuba. Diese ganze Aktion wird ja von vielen Organisationen unterstützt, aber nicht von der Linkspartei. Es haben zwei Kreisverbände, ich weiß nicht, aus Nordrhein-Westfalen unterzeichnet und der Landesverband Hamburg, also ihr. Sie waren ja mal außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Hat es da Streitereien gegeben oder was steckt dahinter? Damals nicht. Ich habe mich auch damals sehr eingesetzt für die Befreiung der sogenannten Miami Five, war mehrmals in Kuba, habe immer mit den Kubanern zusammengearbeitet. Das wundert mich jetzt. Ich bin kein Repräsentant jetzt der Linkspartei, insbesondere nicht des Vorstandes und auch nicht der Fraktionsvorstand, aber in Hamburg ist das klar und bei mir ebenfalls. Ich unterstütze das natürlich. Ja, aber die Bundestagsfraktion ist offenbar nicht dabei und der Bundesvorstand... Das ist aktuell so. Also jedenfalls bei den Logos, die das unterstützen, diese ganze Aktion. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank.